aber es ist gemächlich aber ich muss sagen das springen macht mit dem mehr spaß als mit der nein das war so richtig so abgehackt das ist auch ganz cool ja finde ich cool aber das spring war immer so abgehackt ich finde es cool aber ich fand ich fand das alles auch das tier hier einfach komplett overpowered jemand kacke in der hose ja von gestern noch ein bauch noch ein endlich stimmte zu mit den pyromanes danke also so ein akku main oder sowas und das ja leider das ding habe ich auch das gefühl dass es nicht geben wird aber vielleicht es gibt dann welche erdmanes erdmanes shadowmanes aqua main ich gehe suchen also ein bisschen feuer kann man richtig gut elektromains könnte man auch noch haben pulver main radioaktive main radioaktive main rock main die sich einbuddeln können wie die schlange ich möchte eine eis main so wird es denn da ist es wird doch bestimmt auch eine game geben das wäre denn da will doch was die wäre dann nicht dass ihr denkt ich meine jetzt nur an die farben der fahrt der der fahne nicht was ihr was hat er hier ist mir gedacht die soll nicht irgendwelchen sucks treiben ja ich bin richtig ich bin immer richtig denke ich mal es leckt total hier muss ich folge steppe ich in der lava nicht doch 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 du darfst da nicht rein ich habe einen käfer in der hand wenn man so ein hirschkäfer hinten rein kriecht hier oben bestimmt oder hier oben nichts nichts gesehen ja noch unterwegs der text da oben auch nichts ja weil ich richtig geguckt wie er hat mich richtig gut bin ich hier zurück an der gleichen stelle finde ich aber ich muss sagen dass ich mich so sicher hier drin ja 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 wo man immer nicht jetzt bin ich eben hier wo man bin hier der gleiche stelle wie eben ist mit dumme sachen machen ich bin eine andere in eine andere sphäre gekommen ich bin geslidet scheiße komm ich denn hier raus komm nicht aus der lava raus oder ja hier 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 wie komm ich denn aus der lava raus spring komm ich nicht doch du musst dir einen Supersprung machen Supersprung ach so ich komm gleich ich brauch noch eine minute wo seid ihr denn könnt ihr mir erstmal könnt ihr mir das sagen ungefähr damit ich da hinkomme und das zeigen kann in der anderswelt ich komme mir so gerade wirklich so vor wie wie war es bei minecraft wenn du in diese welt kommt vor diesen kombinieren marshmallows das ist ein netter ist das ein netter uuuuuhh ich habe im minecraft noch nie groß gespielt gutes spiel kannst du mal pingen pao wo ich hin muss ich weiß nicht wo du hin musst du musst den zander den zander storm tipps lauschen schon der storm den zander lauschen der dir im kopf dann dann ja fängt mal du wo du bist warte in se mittel ach da machst du damage auf se lava hier unten ne ne wer macht denn da damage ich ich ua ach ja oh gott aua ist das tief in se lava oh gott ist das tief in se lava ich bin ganz tief drin bei mir du bist an der richtigen stelle ich ja achso hast du nicht gerade gesagt du wärst die pro gamerin hast du es gefunden na äh nein hä ich bin pro gamer mit dem vieh weil ich das perfekt steuern kannst du hallo pao hier hinten wo pao hier hinten ok wo hier hinten hier rechts hier unser asasai hallo oh wie sich das kätzchen da rüberschenkt die asasai oh gott wie geht das nicht? thai guy was? dass die armen red rot chili peppers die meinte ich nicht doch ich meinte die die wie heißt die eine adele 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 achso adele glaube ich heißt die ne oder? adele ich weiß glaube ich ich glaube hier gibt es auch ein liko glaube ich kein mensch weiß wie sie heißt achso ok ne ich glaube nicht verrägt doch ein scheißvieh was? ne hier bin ich nicht richtig ok der platzt nicht weiter tiger sucht sich hier unten tot ne ich weiß nicht wo ich bin ach da geht es weiter ok hier holt ich da oben ein Loch vielleicht kann man da dingsen bin jetzt angespuckt ok schlussschlange mhm oh man oh man wirst du jetzt hab ich schon was gesehen wisch denn du die da oben die da oben das ist aber nein das ist voll schwer das ist voll schwer Leute wenn ihr da ist so ein großer Delay Leute das ist so ein großer Delay wenn ich 10 Meter schon gelaufen bin dann habt ihr erst das das gesehen wenn ich das dann ach mit dem lesen das ist ein bisschen schwer ja also pass auf ich versuche jetzt den Chat jetzt nochmal zu verfolgen also ich bin jetzt oh leckers gehören warte mal so wohin wir müssen mal ruhig sein Dex kommuniziert jetzt telepathienmäßig mit dem Chat seid mal leise der Chat schreibt so I don't move ich geh hier nicht mehr weg der Chat wird wild weil ich den Chat nicht lese ich bin mich hier am konzentrieren das ist voll gefährlich hier drin währenddessen ihr noch 3000 Jahre sucht ich bin mal ganz kurz weg wir bauen dich gleich ein ja ja oh ich muss ja noch ein Malprogramm mal umsetzen nein das ist nur witzig wenn man Dex ein jetzt rückfahren die richtige Richtung aber wohin ist denn zurück ich bin jetzt mal stehen geblieben also muss ich hier zurück ja meine Schuhe sind kaputt jetzt an so so ich bin jetzt erstmal hier auf dieser Brücke so jetzt ich bin jetzt mal an hier hier links runter nicht nur angeschlagen bin ich bin in dex keller gefangen wie die das vorgelesen hat so jetzt geht es hier nicht mehr weiter wohin jetzt wieder zurück da wo ich gerade eben hingerotzt gesprungen bin ich komme ja nie mehr wieder hoch und wenn ich wieder runter falle dann ist ja vorbei dann ist der ganze die er ganz erklärung für ein arsch zu weit rechts befolgen sie den wegweiser hier vielleicht voll schwer vielleicht da oben hör auf zu rotzen du vieh ausgerotzt grappling hooks sind gut bestimmt aber ich muss ganz ehrlich sagen mit dem tiger fühle ich mich wirklich sicher wie die paul gesagt hat das ist echt super das ist wahr ich fühle mich mit tiger auch immer sicher liebe was man das fand ich voll das ist die wand dahinten nicht rot kannst du ja mal deine dringst reiben dran reiben macht gar nicht ich bin heute nur besonders schlecht vollkommen nein ich kann das nicht mehr an meiner mutter furzen das kann ich einfach nicht das kommt immer von alleine das kann man nicht steuern Formel 1 furz ja ihr seid nur neidisch dass ihr das nicht mit eurem pillemann könnt du weißt du weißt du weißt du weißt das gar nicht was wir alles können er kann was nicht mit dem kümel machen hast gerade richtig geschaut der sandstorm der der das ist echt das ist so einer so ich glaube der sandstorm ist so ein typ der der malt glaube ich auch hier diese sammelbilder diese suchbilder wimmelbilder das ist bestimmt so einer der unter so such mal such mal den marienkäfer der mit dem droht schwarzen karierten pullover und der brille oder mütze walter 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 super kennt jemand mit modern family das ist ein jahr dich mal nur strich mensch die junge ich soll jetzt irgendwie finden irgendwo soll das hier sein ich lache ja so wenn du dann einfach gleich wieder da bist wo wir das schon gefunden haben und oder wegen dex helfen nicht ich bin ich soll hier an dieser stelle sein muss doch hier irgendwie richtige richtigen gucken kann man das denn sehen ist das da oben drauf muss man da kann man kann man die frage ist kann man mit der katze wie ich gerade hier bin kann ich da hoch oder hin oder nicht ich schlafe nicht hallo 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 voll gegen die wand gelaufen ouch ich bring einfach rüber den gegner rüber übrigens oder ja ja ich mach den gummi bär hallo 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 hat das nicht weh weh hier auf die seite ne was hat weh als du vom himmel gefallen bist das ist ja deine zähne sind so wie die sterne so schön gelb und auch so weit auseinander voll nett deine beine sind das ist ja genial was wieso dank aber super hart deine beine sind deine beine sind beine nicht so zart aber so behaart die rehbeine als auch drehbeine von wem sind die sprüche allgemein die unter der sammlung schlecht ist da anmacht sprüche überhaupt ja das glaube ich bei den sätzen doch super weiß ja auch nicht was er hat immer meckern und diese neid das shadow ist so geil auch so ein runter zu den säuen runter zu den säuen bin ich bin ich bin ich zu den säuen ich bin so eine oase jetzt wurde eben auch erwähnt also bin ich schon mal ganz die jenzi richtig oder so ne der blockiert mich war nicht wahr jetzt bin ich jetzt wieder immer auf die kleinen dicken hast du jetzt gesagt beraten genau ah ah manche leute behaupten ich wäre ein hobbit aber ich beharten die beharten füße so was die füße nicht ja so die großen fehl wo seid ihr denn jetzt hin im dungeon ich glaube da sollten meine füße für dich ausreichen und du bist ein hobbit du bist ein hobbit macht er doch what the fuck ist mir wieder zurück an der scheiß gleiche stelle oder was ich bin wieder auf der treppe wo seid ihr ich bin mit dem aufzug gefahren ich will hier raus ich bin mit dem aufzug gefahren ich will hier raus bist du in meiner welt oder was ein funktionierenden vielleicht kommt der chat so verarscht es gibt gar keinen jenen anderen ist da nicht mehr ich hab keine lust mehr hier ist Sackgasse warum ist hier Sackgasse ich bin der nächste kammer ich will ich hab keine kammer ne kammer ich warst beim suchen ich warst beim suchen das kammer aber kann man auch nicht kammer 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 kammeleon akuma lebt hat sie gestiegen ja 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 ich hab so gemacht du fliegst ganz runter kann das sein aber ich bin wirklich in einem anderen in einem anderen abschnitt hallo akuma warum hallo akuma ich will hier raus hier ist ihr garten in die mega grütze hier runter ich knabber die immer weg ich fühle mich irgendwie hier doch schon wieder viel zu hell hier guck mal wo ich gerade bin was ist denn hier los wo rotzen die mich denn alle hier an verschönen wo bist du ich bin hier bin hier da hinten folgen da unten irgendwo zufällig an der kante dran oder so da unten war ich doch eben schon bist irgendwo auf festen land ich will suchen ich hab schon 10.000 mal gepickt ihr ignoriert ja meine super pings hier nur weil die qualitativ besser sind meine bing mal gucken wie ich da lang kommt vielleicht wenn ich darüber springe auf zu heulen ich bin mir auch untergefallen ich bin gefallen ich bin ganz tief gefallen ja es ist so tief wie dein Ovo mein Niveau ist noch tiefer ich bin oben wieder raus gleich au jetzt werde ich gefressen hier unten aua sag mal muss ich hier gegen die ganze welt hier kämpfen was ist denn hier los wo kommt denn das ganze Geziefer her immer noch einer am leben einer muss immer noch einer muss immer noch einer muss immer noch hier war der klebenstwie er muss immer leben ja bitte oh Gott was ist denn hier für die Zeug ok Pau läuft hinter mir im Delay ja sehr schön hier diese Brücke rüber jetzt bestimmt die Brücke rüber genau die ja yes ich will auch suchen jetzt bestimmt hier lang der rally point noch aktiv oder seit der woanders das wird der Eingang so war jetzt hier guck mal ja hä ja ne geht nicht mach ich auch nicht stoppt nicht das sonst wäre eigentlich auch ganz cool für so wie heißen sie hier nochmal megaterium klatsch alles droht naja muss wohl mehr flames absorben ich will zu wenig gemacht ach Pau hier ist Tiger ich komm von der anderen Seite hallo bist du die Brücke hoch oder runter Decks ich weiß nicht welche Brücke ihr seid ähm ähm die Frage ist du kannst uns einen kleinen Tipp geben der Tipp wäre bin ich ziemlich nah dran oder bin ich ziemlich weit weg heiß oder kalt ja sag ich heiß oder kalt das wollte ich mich nicht sagen wir sind in einem Dungeon wo es heiß ist nachher sagt ihr heiß wo hätte er ja ich will mir hier alle Teammates anzeigen lassen mir wird man questi Todes von Decks angezeigt manchmal braucht das ein bisschen das sind die einzigen die teammates die du hast du deine ach dahin wie kommen wir dahin sind unsere griffins werden angegriffen in die richtung da müssen wir ich glaube ich habe es ist das das ist hier ich muss kämpfen ich muss das ist voll versteckt in dem bush wir sind wieder hinten geradeaus richtig hier davor 300 meter in die richtung leute wie das versteckt ist guck dir den witz an ja ich habe keine macht hatte ich komm mal jetzt mal eben auf neutral sein alter schwede das ist dunkel hier auf schulter und kommen mit meinen drucken raus sie ist der grüne der eingang ist ein bisschen schwierig zu finden das von mies ja finde ich nur wie das versteckt ist die aus dieser landmine wasser unter wasser mine somit genommen dankeschön da ist dann links zu sagen ich bin hier kann man ja hier an den auftauchen hier gut umsaugen da kommt alle gelaufen hier hin einer läuft ja gerade ich komme und das ist mein ping ja also auch nicht runterfällt da geht es ziemlich viel